Level 18, Bitches! So, und jetzt, wo wir fertig sind, porten wir uns hier raus. Jetzt, wo er wieder da ist, können wir hier gehen. Das entwickelt sich hier so ein bisschen zur Hexenjagd, in mehrfacher Hinsicht. Der Witz war besser als erwartet. Das kam echt so, ja. Ja, wahrer aus. Ja, true story. True story. Ähm, ich bin mal kurz AFK. Nein, tu's nicht! Ich muss, tut mir leid. Okay. Tut es nicht. Auch wieder wahr. Okay, du hast recht. Dann kann ich ein bisschen an meiner Skillung rumrotieren. Level 18. Welche Skillung? Was war noch nicht mal die große Auswahl? Ja, aber das, was am meisten Schaden macht. Also, rein rechnerisch. Ich hab ein Gebot der Tapferkeit. Ich könnte uns Widerstände geben. Wie wär's damit? Du, haben geht verbrauchen. Also gibt's, äh, mehr Dev für alle. Yay! Ich hab leider noch nichts in der Richtung. Vielleicht nächstes Mal. Oh ne, nächstes, nächstes Level schon. Ich, ich muss mal, ich muss mal eben was nachgucken. Dornenschaden. Wie viel Dornenschaden mache ich? Eins. Ähm, äh, in Eisenhau kriege ich jetzt 300% erhöhten Dornenschaden. Also 300. Läuft. Ist das geil? Du bist der absolute Krieger. Äh, nee. Du bist eher der Krieger. Na, ich bin Barbar. Barbar. Äh. Kommen wir. Machen hier nochmal den Schmied auf Level 3. Ich brauche Rechtschaffenheit. Das gibt, äh, das ist ja die Zornregelation von meinem Angriff. Mein Premierangriff. Äh. Ich will im Nahkampf bleiben mit Schildstoß. Hey, Items craften. Wuhu. Ich mache über 100 Schaden. Yay. Finally. Ja, endlich. Ist eigentlich totaler Quatsch jetzt irgendwas zu craften, aber ich kann mich grad nicht davon abhalten. Sachen herzustellen. Ja. Ist totaler Bullshit eigentlich, aber naja. Ich werde es nicht tun. Cold skills, äh, deal 3% more damage. Hey. Was für Skills? Kälte. Frost. Oh. Cold. Yes. Ich hätte das Cold nicht ganz gut gekriegt. Nutzte ich nur so ein bisschen heute in die Scheiße. Hä? Wieso kann ich das Ding jetzt nicht... Ernsthaft? Wenn mir einer ein Item... Ach, das ist vom Vendor. Ja, okay, dann weiß ich, warum ich das nicht salvagen kann. Oder, das ist, äh... Ne, das vom Vendor dürftest du, glaub ich, klein machen können. Ne, er hat grad gesagt, ich darf nicht. Das, was du da kriegst nicht. Ja, das weiß ich. Deswegen hab ich die auch weggeschmissen. Aber das Vendor-Ding, das wollte er mich auch nicht klein machen lassen. Also, ich glaub, der Schweinebacken. Kann ich ihm noch weiter pushen hier? Ah, push it. Hier, 5. Stufe 5 hab ich ihn jetzt. Stufe 5, ja, dann mach ich auch nochmal. Äh... WB! Okay, äh... Unser Dings hier ist, äh, Rauchen. Mich stört's nicht, wenn er raucht. Mich würd's nicht mal stören, wenn er brennt. Du kennst ihn doch noch gar nicht. Du hast ihn ja angeschleppt. Und du hast gesagt, du willst ihn schon wieder rausschmeißen. Dann sagt er alles. Ja, es ist, äh... Ja, wie gesagt, ich kenn ihn noch nicht lange. Und, ähm... Er hat Dario nur gefragt, ob er mitkommen kann. Ja. Ich wusste ja auch nicht, wie er spielt. Er ist, äh, höher... Er ist der Höchste im, äh... Ich hab nur ein Stash-Fach. Ich muss mich grad zusammenreißen. Das hatte ich verdrängt. Kannst du noch nicht aufbringen. Und dann kostet der ganze neue Tab auch noch 100.000. Ich fand's angenehmer, als man wenigstens kleine Abteile kaufen konnte. Mit Zähne. Ja, da konnte ich wenigstens machen. Und ich hab hier nicht mal einen Würfel stehen. Gut, ich hab, äh, die Hälfte von... Boah, hast du auch nix weiter reinpacken kannst, oder? Ich hab die Hälfte von Season 4 eh vergessen, irgendwas in den Würfel reinzutun. Also von daher... Muff. Was sagt uns das? Ich hatte etwa... Ich glaub... 75% vom Würfel hatte ich auf jeden Fall voll. Zumindest bei den... Also bei den, ähm... Bei, äh... Schmuck hatte ich fast alles. Da fehlten mir nur noch 5, 6 oder sowas. Ich hab jetzt erst angefangen damit, den voll zu machen. Ähm... Was wollen wir als nächstes machen? Wir können theoretisch... Schachteln. Können theoretisch auch, äh... Bounties machen. Können wir. Ich glaub, das erste, was wir machen, ist... ...diesen verkackten Würfel holen. Damit er da beruhigenderweise steht. Richtig. Wie ging das nochmal? Westmark... Oh nein. Ja, ja. Ja, ich habe dunkle... Ruin von Sichirun. Gesundheit. Akt 4 war das, ne? Akt 3. Akt 3 sogar nur. Weiter. Ich nenne die Grautiefeninsel, ja. 3. Ruin von Sichirun. Gesundheit. Kann es sein, dass wir gerade die Hextopter so derps ignorieren? Nein, wir brauchen. Ähm, das ist der falsche Weg. Aber, aber, da steht, ich muss da hin. Ach, für die Bounty. Wartet, ich hüpfe euch nach. Und jetzt wartet bitte noch 30 Sekunden, bis ich wieder hüpfen kann. Du weißt schon, dass Diablo ein, äh... Oh, ich habe ein Buch gefunden, um ein Level-Up. Ich auch. Ne, ich nicht. Das war deine Explosion. Ich kann lesen. Bam, Level-Up. Ach, ich bin Barbar, deswegen kein Level-Up. Okay. Das erklärt einiges. Ich habe jetzt himmlische Vollstrecken, ich kann springen. Dieser Raum war mir schon immer ungeheult. Find den Hebel, find den Hebel. Zünd den Knaller. Dahinter ist wer. Oha. Level-Up, Level-Up, das wird Level-Up. Ach, äh, äh, Seraphio. Ich habe jetzt für die, für die Eisenacht, habe ich jetzt meine erste Runde gekriegt. Dornenschaden? Ich habe Dornenschaden 300%. Ich habe einen Dornenschaden. Jei. Du bist ein verdammtes Tier. Besser als wenn ich von, äh, bei 0 300% draufhaufe. Das ist durchaus korrekt. Ich muss ja sagen, die neue Buff-Leiste, äh, also, Buff-Anzeige direkt im Skill ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich finde es angenehm. Ich finde es auch angenehm. Oh, ich habe meinen Endgame-Skill. Wir sind fertig. Mantra ist aktiv. Hä? Ich habe gerade Erdbeben gedrückt, aber irgendwie passiert nichts. Warum passiert nichts? Hä? Das wird nicht verloren. Ich habe aber Treppe stehen. Erdbeben ist Treppen-Immun. Das wird sein. Und ein gewisser Jumann hat mich verloren. Jetzt aber. Zünd den Knaller. Kommt die noch auf einmal her? Äh, ich würde mal sagen, auf den Busch. Auf den Busch. Uh, da ist ein Ring drin. Und ein Schild. Ah, unser Hex-Doktor ist wieder da. Hey. Ich war es nicht. Ich war es nicht. Was denn? Was denn? Oh mein Gott. Ich war es auch nicht. Ah, Erdbeben wird einfach nicht angezeigt. Ne, das war jetzt diesmal tatsächlich kein Erdbeben. Um den Erfolg zu kriegen, muss ich wirklich tatsächlich heilen oder nur den Wert einsetzen? Also, kann man auch eigentlich schuf in der Gegend afk rumstehen? Nein, du musst aktiv heilen. Wenn du irgendwas hast, wo du mit dir die Lebensregeneration anhebst oder jemanden Lebensregeneration gibst, ist das kein Heilen. Es zählt nicht. Versuch dich doch mal selber zu heilen. Das kann nur zum Vorteil für dich sein. So, das müssten schon... Hä? Das waren erst zwei? Ach ja, der erste zählt... Ja, einer steht hier ganz hinten. Ja, der erste zählt ja nicht mit. Ach okay, ich sehe schon. Wir gehen in die andere Richtung. Wir gehen vom Diebenhunter... Äh, vom Witch-Doktor weg. Ja, ja, dass ich jetzt ja hinten alleine bin, ne? Oh. Oh. Bromsocks, bin ich. Ich verbieb's nochmal. Hey, gejailed! Guck mal rüber, ne? Bring ein paar Leute mit. Ja. The more, the merrier. Bit last green oder was? Ich hab keinen roten Rand mehr. Yay. Ich halte dich. Will ich auch für dich hoffen. Der Healer war aber durch. Ich schwöre, der Healer war durch. Hinter uns ist ein Elite-Pack. Der Healer war durch. Das hat mir jetzt nicht gelegen. Cool. Ich hatte keine Aggro. Schaden. Hä? Was ist das? Dein Hirn macht Schaden? Dein Hirn macht jetzt auch Schaden. Sein Hirn macht Schaden? Ja, das ist auch. Hast du eine Hunde dafür reingepackt oder was? Muskeln hier hin. Ist das dein Erdbeben hier unter uns? Ja, so ein bisschen. Ah, schön. Nee, der Boden reißt einfach nur auf, weil wir da raufstehen und es einfach nur cool aussehen wollen. Ja, das ist wie mit dem Schamanen-Erdbeben in WoW. Da weißt du auch nie, von wem es kommt. Also wusstest du zumindest früher nicht, als das gleich aussah, egal von wem es kam. Das haben sie ja leider geändert. Okay, zweiter Passive, himmlische Vollstreckung, aye. Weihandwaffe anlegen, aye. Wie man will, äh, ein Wildholz mit 29,8? Braucht keiner, oder? Hm, nee. Ich müsste gleich mal gucken. Hey, ein Level noch. Bist du vorne oder hinten? Man weiß es nicht. Ein Level noch, dann was? Ein extra Skill, oder was? Ja. Dann Blutsch bitte ausgeben. Achso, nee, dann, ja, auch. Ich hab'n Zweihandstreit kommen. Ich hab'n Rubin gefunden. Es ist kein Schnellsofen. Legendary? Ja, sag's doch, ich hab'n Zweihandstreit kommen gefunden. Die Frage, willst du ja mit Zweihand weiterspielen oder mit Einhand? Hab'n ihr? The Barber. Hier oben ist ein Protect Trine. Ah, ja, der hat ja ein Fabier gekriegt. Falls jemand, äh, den mal eben kürzt, zünden möchte. Ja gut, jetzt sind wir alle drei aneinander. Jetzt hätte er auch keinen Grund, den nicht zu aktivieren. Ich hab'n aktiviert. Außer, dass er hinter uns ist. Zünd den Knaller. Ich mach' jetzt erstmal auf meinen Flügel. Äh, der hat'n Sockel. Der hat'n Sockel. Der Kerl hat'n Sockel. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Nice. Also, wenn du den überhättest, dann macht mich den 144% Schaden besser. The Barber. Der Dagger. Mit 40 zu hell. Nein, ich guck mir grad Fossis Dagger an. Äh, wir wollen erstmal hier Franzmock rumbrechen. Hat er? Ja, bitte Licht an den Hexenmeister, weil, äh, Ja, ich dropp wieder. Kann's mein gelbes haben, ich behalte das Teil. So, ich dropp wieder. Und er ist weg. Wie viel Schaden macht der Dagger? Äh, 116. Ähm, da ich jetzt endlich eine Zweienwaffe neben meinem Schild wieder angelegt habe. Normal Hit. Äh, oh, 550er Crit. Äh, ich mein' eigentlich bei Schaden. Den, äh, äh... Den Paper... Paper Damage. 109. Dann hab ich weniger. Ich hab 116, Bitches! Uh! Ich hab hier 239. Werdchen Gefallenen. Hier ist ein komischen Töffel da mit, äh, Gensanico. Ja, hier ist ein Balsamico. Bimbo taucht dabei in den Paper DPS nicht auf. Ja, eben. Level 21! Yeah! Ja, ja. Äh, dumm, 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 dumm. Toll. Wenn man Cooldown auf den Skill hat, kann man ihn nicht wechseln. Leck mich doch um. Baaah. Und gleich wenn der keinen Cooldown mehr erzündet, ich ihn garantiert, weil ich mir denke, oh, kein Cooldown. So, Kreuzritter bitte immer noch hinten kommen. Dankeschön. Einmal bitte Kreuzritter zur Kasse. Jetzt möchte jemand den Kreuzritter von... Der kleine Kreuzritter steckt schon wieder besoffen im Drehkreuz fest. Holt ihn bitte ab. So. Ernsthaft? Was war das? Im Low-Devel war Schaden in die Wappel sinnvoller, ne? Ach, ich bin auch bescheuert. Ja. Ja. Rot. Erst rot und erst später dann grün. Naja. So Richtung Max-Devel halt grün. Oder erst ab Max-Devel. Irgendwie so. Also eigentlich wäre jetzt der Zeitpunkt... Ähm. Äh, Seraphio, wie viele Ring... Was für Ringer hast du eigentlich dicht? Äh, kein. Okay, äh, dann brauche ich dir gleich mal Geschicklichkeit zu Ringen. Ähm. Ja. Tu das. Oh. Äh, kommen Sie zu mir? Ähm, ja, ich wollte eigentlich kurz meine Skills einfach umspitchen mit. Warum mache ich mir eigentlich die Mühe, den Demon Hunter immer zu schilden? Äh, wieso sage ich dir immer wieder Demon Hunter? Witch Doctor? Sogar mit Geschicklichkeit. Ja, sag ich doch. Mit Geschicklichkeit. Deswegen. Deswegen sagt er Geschicklichkeit. Geschicklichkeit. Genau. Was ist denn da schon wieder los? Wir hatten da wieder was gezündet. So, und ich wollte jetzt auch noch einmal eben kurz gucken. Ich habe hier noch ein... Ach, das ist ein Mighty Belt. Näää. In den Diskus werfen. Anfangen. Schuldspruch. Ja. Ich gehe mal dem Blasrohr helfen. Weil der gar nicht mal Luft holen muss mit seinem... Ich frage mich ja, wie viel Platz noch auf meiner Festplatte ist, so aufnahmetechnisch. Das werde ich doch mal eben erörtern. Ja, guck doch mal. 102 Gigabyte. Joa, das geht noch ein bisschen. Joa, ein paar Sachen kann ich einfach noch aufnehmen. Ja, die ganze Forza-Füllsache nimmt mittlerweile 150 Gigabyte weg. Das ist aber alles schon gerendert. So. Nice. Jetzt kommt mir da Vergeltung. Ich stehe ab, Junge. Friss meine Shorts. Und ich komme mit den reißenden Wind. Ich wollte gerade mein Erdbeben zünden und dann war ich schon tot. Die Welt ist ungerecht. Äh, ziehst du jetzt auch zusammen? Äh, mit dem Stomp, ja. Ich dachte jetzt eher an, an, an Seraphio, aber... Ja. Der Daisy-Cutter-Auflauf. Alles klar. Warum muss ich dir denn auch gesagt haben? Das ist mein Level-Bild, den er jetzt gerade benutzt. Ja, der ist sehr stabil. Den kannst du ohne Equipment spielen. Das ist das Schöne bei dem. Naja, wir arbeiten eh nicht auf, äh, Zeit. Nein, ich meine vom Equipment her. Der ist Equipment-unabhängig eigentlich. Was mir aber gerade auffällt... Ich weiß noch nicht mehr, was der vierte Skill war. Zyklonschlag, reißender Wind, äh... Rasender Angriff, ein Mantra... Oh ja, du hast die Bombe vergessen. Ja, das war's. Die ha... äh, explodierende Hand. Ähm, die... Den Kill-Bonus, den Massaker-Bonus... Der sollte ja eigentlich Mittwoch schon gekommen sein. Den habe ich jetzt aber gerade zum ersten Mal gesehen. Bei meinen... Den habe ich aber schon seit Mittwoch. Ja, den ist auch schon seit Mittwoch drin. Ich habe nur den Speed-Bonus gesehen. Na gut. Möchte jemand einen Proven Trophy für seinen Scoundrel haben? Für seinen Schurken-Bimbo? Na. Gut, dann geht er den Würfel. Ich werde die erste ausstatten, wenn ich, äh... Äh... Das habe, was ich, äh, ne? Was machen wir denn jetzt? Nein, ich habe noch einen Ring über. Äh, ich würde sagen, weiter den Würfel suchen. Ich habe mich nur eben kurz hier, äh... Ich habe den Daisy-Cutter vervollständigt, sagen wir so. Okay. Ähm... Okay, da geht's nicht lang. Ja, wartest du kurz? Ja, ich warte. Ich dachte eher an, auf, äh, an, äh, Seraphio. Ja, dann warte ich nicht. Weil, ähm... Ring. Schon wieder Gerechtigkeit? Ich habe einen zweiten Stärke-Ring gekriegt. Und da ich mir mehr mit Stärke machen kann als du... Ich habe mir gedacht, äh... Ja, ähm... Wo müssen wir eigentlich lang? Das ist immer noch die... Erste Ebene, ne? Gut. Wenn wir mal auf die Suche nach der zweiten Ebene sind. Yay, Massaker-Bonus! It's shit and die. Ja, das ist auch so eine Sache, die ich im Multiplay halt nicht ganz so gut finde. Und zwar, ähm... Den Massaker-Bonus macht jeder für sich alleine. Heißt, äh... Kill ich fünf Leute, habe ich einen 5er-Massaker-Bonus und du nicht. Auch wenn du mit auf dieselben Mobs draufgehört klatscht hast. Ja gut, das wäre aber auch sehr leicht zu exploiten. Ja gut, es ist so rum genauso leicht zu exploiten, wenn man an den, äh... Rekordversuch-Massaker-Bonus denkt mit irgendwie... Ich weiß nicht, 700 Monstern. Ich hätte jetzt fast gesagt 700 Resonatoren, aber das ist die falsche Baustelle. Ne, 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 ne... Die passive Reihen, die meine... meine Tech-Speed erhöht. Wir spielen Unreal Tournament. M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-Star-Kill. Äh, irgendwas muss ich tun. Ich bin jetzt schon... Atmen! Atmen! Atme! Vergiss nicht das Atmen! Gleich hörst du nur noch umfallen. Woops. Ja, das war der, ähm... Das war dann ein, äh... Jetzt will ich auch grad schon Diemann da sagen. Witch-Doktor! Aber ich gönne ihm natürlich nicht, dass er uns die XP wegnimmt. Also muss ich dann da reinhüpfen und muss mir auch noch welche abholen. Okay, aber bin ich froh, dass ich noch in der ersten Ebene rumwurzel... Greifst du einen Krieg? Ich habe mir geguckt, ob ich vernünftige Zweihandwaffen habe. Aber nein, habe ich... äh... Der Easy-Katter spielt zu ihm mit Einhand. Hab ich doch gerade eben wiedergerichtet. Dankeschön. Ich habe einen Zweihandhammer mit, äh... 61 Damage. Wenn du den haben willst. Dann trage ich, bis ich craften kann, meine Zweihänder weiter. Nee, ich brauche zwei Einhänder halt, ne? Ach, zwei Einhänder... Ich habe zwei Einhänder mit 31 DPS. Ich glaube, die helfen dir nicht viel, oder? Nein, wahrscheinlich müssen wir gleich welche craften gehen. Weil ich erst dann welche finde, wenn ich im High-Content bin und dann, äh... Dann ist sie egal. Oh, ein Rubin! Ein Rammeln um eine Waffe. Wo ist denn die Waffe... Ein zweiter Rubin? Was ist denn jetzt hier auf einmal los? Okay, wir machen also einen Zweihersplit, oder was? Weiß ich nicht. Äh, ich komme zu euch. Ich habe den Hexen noch zu. Einfach mal zehn Minuten mit ihm rumgerannt. Warte mal, der hat Flügel. Die Flügel ist... Aber, dass ich meine nicht angezogen habe. Ja, ja. Damit man Leute unterscheiden kann. Das artet aus wie ein Tennis-Match, wenn wir die hin und her pullen. Das sind meine... Nein, meine... Nein, meine... Meine Keime. Ah, nee, warte, falscher Film. Meine Keime. Wer bist du denn? Der Rattenkönig? Ach, der Knirch auf dem Hameln basiert. Äh, Korrektur. Der Knirch abbasiert auf Hameln. Hameln war er da. Verdammt, der hat mich geblockt. Ich kann nicht mehr angreifen. Hm, was ist jetzt los? Wiii. Äh, der Bull ist wie er ist da. Der fahrs. Der Kill-Bonus, der ist immer noch kackegal. Ja, der ist immer noch nicht so umwerfend. Hey, 24! Wö? Hey, ich bin erster! Warum auch immer plötzlich? Wie erster? Höchste Level! Ach so. Warum auch immer plötzlich? Ich brauche... Zwei Einänder. Ich muss auch gleich erstmal craften, nachdem wir den blöden Würfel haben. Geh gleich erstmal Blutwetter aus. Wolltest du da schon was reinpacken? Nein, ich muss mir eine neue Waffe bauen. Und vielleicht mal einen ordentlich ausstaffierten Schlüppi oder so, damit ich ein bisschen mehr aushalte. Vielleicht einer jenig. Oh ja. War hier nicht sonst immer so eine Tante, die ein bisschen mehr Damage machte? Falls sie da war, dann wurde sie genervt. Die ist so schwer, mach das weg. Die fallen alle nicht um, wenn ich sie böse angucke. Das kann dann... Oh, was ist denn hier los? Äh, ich würde mal sagen Rattenparty. Das ist doch jetzt beschiss. Das sind zwei Typen, die Rattenkönig heißen. Also, einer von beiden muss jetzt ja wohl lügen. Du kannst ja den Rattenfänger von Hameln spielen. Ha ha ha. Ha ha ha. Ich werde der Rattenzertreter von Hameln. Der Rattenzertreter von Sanktuario. Ein Märchen erzählen. Zack, tot. Ja, ich würde auch direkt umkippen, wenn du mir die Becker erzählst. 77er Massaker. Brutal. Also, ich wollte ja immer noch, äh... Jetzt droppen aber relativ viele Edelsteine auf einmal. Damit habe ich nicht gerechnet. Schön, dass du Edelsteine kriegst. Ja, ja, schön, dass du Edelsteine kriegst. Hey, es sind... Wir kriegen die Legendary Studio Edelsteine. Kann so weiter gehen, meine Wege. Es sind gerade mal vier Edelsteine bis jetzt, also das ist auch nicht die Welt. Zwei rote, ein Vitalität und ein, äh... Diamant. Irgendwer von euch weiß noch... Oh, ich habe einen Legendary gedroppt. Und es ist ein Dagger. Komm, der hat... Das ist der gleiche Dagger, den der Dingens eben hatte. Papier, das dachte ich doch. Standard Dagger, der zu Anfang immer droppt. 25. 25, ja, Dito. Ja, 25. Jetzt macht der auch noch wieder mehr Schaden. Jetzt kann ich gucken. Toll, wenn ich eine andere Zweihandwaffe neben ihm anlege, macht der weniger Schaden. Das müssen wir auch... Akkarrats auswählen. Brauche ich aber noch nicht. Wo will der denn hin? Unzerstörbar war ein Nap-Talent, oder? Äh, unzerstörbar ist das Revival-Talent, also... Ja, Nap-Talent. Ich habe einen Attack-Speed. Wie bescheuert. Plötzlich. Ich will meine Attack-Speed. Ich weiß nicht, so ein riesiger Barbar, stabil gebaut wie ein Backsteinscheißhaus, wenn er da mit so einem Zahnstocher zuhaut, das ist irgendwie... Ich weiß nicht. Das ist weird. Aber es ist nicht weird genug, dir meine Gabel hier zu geben. Mein Filet-Messer. One Message pending? What the fuck? Ach, die Dingens müssen wir uns auch noch abholen. Die Season... Wie heißen sie? Transmogrifikations-Items. Die kriegst du doch mit 70, oder nicht? Ich habe hier zwei drin. Arma Mortis. Das sind die von Reefers of Soul. Schon wieder? Die kriegst du immer wieder. Dieses Mal, wenn du den neuen Charakter herstellst. Genauso wie diesen verdammten Geisterhund. Okay, den kriegst du inzwischen nicht mehr. Aber... Nee. Bis die Tage halt... Also deswegen, wie wir halt hier... Blub, äh... Und einen wieder... Reinkarniert haben. Nein, ich habe den auch gekriegt. Echt? Ich habe den Reinkarnations-Charakter jetzt. Die... Ja, ich auch. Aber... Die Reefers of Soul Deluxe Edition halt. Die gibt noch Transmox. Möchte jemand zufällig den Barber noch haben für seinen Transmox-Referations-Gerotze? Äh, nein, haben wir doch schon alle. Den habe ich doch gerade schon rumgereicht. Den habe ich rumreichen lassen und der ist dann bei Seraphio gelandet. Der Barber. Achso, deswegen hast du mich nicht... Deswegen... Ja, der heißt im Englischen Barber. Bar-Bar-Bar-Bar-Bar-Barber. WÜFFEL! Kümmert euch um den Typen, ich brauch den Würfel. Was ist denn jetzt hier mit ein bisschen Kämpfen? Hier ist nichts mit Kämpfen, hier war noch nie was mit Kämpfen. Es ist einfach nur, warten bis er den Würfel frei geht und sagen nein. Meiner! Warum hat nur einer den Würfel gekriegt, was ist hier los? Zurück. Ich lass kein Portal stehen. Warum nicht? Weil ich da nicht nochmal wieder hin will. Ich will hier nicht hin, das ist hier so schrecklich. Es stinkt. Die gehen hier alle auf die Nerven. So, und ihr stellt euch jetzt Gegenstände her, oder was? Also mindestens zwei anderen Waffen. Sonst kann ich meine Possible vergessen. Ich will nur erlegen, ob ich jetzt meine Würfel wegpfeffer. Äh, meine Würfel sag ich schon, meine, äh, Schatz. Wie viel hast du denn? Ach, nicht viel, 58. Guck mal, wie in 40? Warum droppen wir den Ring mit Intelligenz? Hm, geben das, was er braucht. Richtig. Warum soll ich eine zweite Waffe anlegen, wenn ich dadurch weniger Schaden mache? Das kann ja alle nicht wahr sein. Weil du ein höheres Attack Speed hast. Das hast du nämlich beim Monk auch. Deswegen nimmst du für den Daisy Cutter auch zwei Einhänder, weil du einfach schneller zuhaust. Die habe ich ja gemacht und er jetzt trotzdem verringert. Verdammter Drecksviech. Ja, der Schaden geht auch dann teilweise runter, aber im Endeffekt im Umkehrschluss ist es eigentlich mehr Schaden. Nur Paper Damage halt weniger. Verdammter Beschiss. So, ich gehe jetzt meinen Scheiß ausgeben. Äh, ich mache jetzt das Wildholzblatt, oder will das noch jemanden haben? Nein. Nee. Was soll man bei Kadala nehmen? Ich würde sagen, ich probiere mal zwei Helme. Hey! Crit! Mein Helm hat Crit! Und drei Dornenschaden. Gib den Dornenschaden zu mir. Dann kann ich keinen neuen Helm mehr bei Kadala holen, das ist doof. Ich habe keinen Dornenschaden mehr. Verdammte Axt. Und Crit ist auch noch drauf. Crit und Dornenschaden. Und ich kann... Die Mystic muss Level 12 sein, um das Ding... Aha! Komm hier, kannst du haben... Kannst du haben den Helm, komm her. Äh, ist Kadala-Item, oder? Äh... Required 70... Ja, steht hier nix von gebunden. Ist ein gelbes. Ist egal. Wer finde... Ich sagte jetzt schon, ich kann's nicht aufnehmen. Kadala-Item. Ja, dann komm her und probier. Ist weg. Kannst du auch aufnehmen? Dankeschön. Kein Problem. Ist aber trotzdem für mich jetzt ein bisschen doof. Warum? Ich wollte einen Sockel reinballern. Requires Artisan Level 3. Nur Probleme. Okay, ähm... Welches... Welchen Gegenstand wolltest du haben? Weil du hast ihn jetzt eingegeben. Äh... Ich habe einen anderen Helm. Ich nehme einfach den blauen, den ich habe. Da ist wenigstens schon im Sockel drin. Okay, Alternativ-Slot. Schultern. Schultern. Schultern, 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 Schultern sind da. Ja, gib mir Fahrerung. Mehr nicht. Und dann? Ja, gib her. Meine geben noch weniger. Meine machen Area Damage. Ich brauche Gold. Dankeschön. Wenn ich das mal wieder sage. Ja, bis jetzt hatte von euch ja sich noch keiner die Mühe gemacht, dass wir einen Nagelring, oder einen Flechtring, nicht Nagelring kriegen. Einen Flechtring, ja. Du hast ja auch noch nicht die Mühe gemacht, einen zu bekommen. Hallo, ich habe schon zwei Stone of Jordan an. Wir könnten die verkaufen für die Überbosse, aber dann ist das das falsche Diablo-Spiel. Was? Äh... Achso, Stein von Jordan. Genau. Zwei Stück? Nein, das... Wenn du in Diablo 2 Stone of Jordan verkauft hast, dann hat der Server das mitgezählt. Und irgendwann hat dann der Server ein Event getriggert, dass die Überbosse kamen. Das ging nur darüber, dass Stone of Jordan gefunden und an die Vendors verkauft wurden. Und Stone of Jordan sind extrem selten gewesen in Diablo 2. Achso. Aha, 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 aha. Also wieder Rifts gehen, oder was? Ja, würde ich sagen. Jetzt, wo wir den ollen Würfel haben. Nicht, dass wir mit dem Würfel was anfangen können. Und das schon mal beruhigend ist, ne? Ja, genau, er ist da. Und Kandala, die alte Splitterhure, uns auch leer geräumt hat. Ich bin das nicht schon wieder zurück, oder? Ey, der interessiert mich inzwischen für das und gar nichts mehr, ne? Norm. Wenn der nicht gerade tot ist, kann er um meinetwegen sterben gehen. Und bezüglich dem Intelligenz-Ring, ne? Nur weil ich ein Mönch bin, heißt das nicht, dass die Geist nicht zurückblieben sind. Wuhu! Wuhu! Ich hab mich wieder recht ecklen. Irgendjemand macht die Kills und das bin nicht ich. Ach, er klappt so wild auf die Tasten rum. Oh, Entschuldigung. Er klaut die ganzen Kills. Okay. Wer stoßt die zurück? Ich hab keinen Repel. Oder hat das Ding Repel? Nein. Ich bin tot. Könnte ich mir vorstellen, vielleicht ein Hex oder so? Spielst du Schildschluss? Habe ich ein Schild? Okay, das erklärt alle. Moment, warte mal. Schildschluss hat noch weg. Stimmt. Alle anderen werden zurückgestoßen. Deswegen gibt's auch den schönen Erfolg Koboldzen. Damit musst du fünf Kobolde gleichzeitig zurückstoßen. Ey, was denn? Ich hab ihn direkt gekriegt beim ersten Mal. Als ich Kobolde zurückgeboxt habe. Ich hab mich gewundert, was hab ich da jetzt gekriegt? Wie viel Schaden brauchst du für eine Einladwaffe, dass du die nutzen kannst? Es muss, ich sagte gleich den Wert, den übertreffen, den ich gerade angelegt habe. Ja, er muss nur... Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Warum bin ich tot? Ach, weil sie alle gleichzeitig auf mich eingegangen haben. Okay, damit ist die Gruppe komplett tot. Im Hardcore hätten wir jetzt verloren. Wir wären auch im Softcore im Arsch gewesen. Also, wir sind im Arsch gewesen. Im Hardcore wären wir auch so im Arsch gewesen, wenn einer stirbt. Du kannst ja eh nicht wieder aufgestellt werden. Huh, huh, huh. Ich bin den Granaten dem Scheiß ausgewichen und bin in eine Pfütze reingelaufen. Warte, warte, warte. Also, ich stelle gerade fest, super optimal mit dem Schildstoß. Oh, Legendary Ring. Oh. Flash Ring, Flash Ring, Flash Ring. Es könnte tatsächlich ein Stone of Jod sein. Warte, warte. Na, es ist ein Band of Might. Tu mal posten tun. Hat er. Hat er. Vitality. Ja, ein Barb Ring. Nice. Ja, kann man nehmen. Ich glaube, der droppt halt je nachdem mit wem du kriegst, kriegt der klasse spezifische Sachen. Ja, gut, haben geht, verbrauchen. Ja, nö. Ansonsten kommt danach ein Cube, ne? Ja, ich finde es nur schlimm, dass ich das Erdbeben-Set kriege für die ganzen Quests. Das will ich nicht haben. Dann habe ich schon oft genug gehabt. Es gibt so viele Sets. Nein. Barb kriegt Erdbeben-Set. Weißt du, was der, ähm, Kreuzi kriegt? Das Dorn-Set. Ja. Das momentane Meta, was voll scheiße ist. Was soll ich denn sagen? Das Barbaren-Meta ist, du machst irgendeinen scheiß Skill, rennst 15 Meter weg, schmeißt einen blöden Gegner einen Stein auf den Kopf und dann gehst wieder ran, füllst deine Energie auf, bis du wieder volle Wut hast und rennst wieder zurück und schmeißt ihm wieder einen Stein auf den Kopf. Das ist auch keine erfüllte Spielweise. Was sagt der Typ in dem geilen Video? Ja, T10? Hat er dreimal einen Stein auf den Rift-Boss geworfen, war der Rift-Boss tot? Dreimal! Dreimal! Ich werfe auch immer einen Stein nach mir. Ja, aber... Dann hat er irgendwann, was hat er gemacht? Ich glaube, Rift-Level 70 oder 75 oder so. Der ist fünf-, sechsmal so hin und her, hin und her und dann lag der Boss. Dann denkst du auch nur so, okay. Das ist irgendwie frustrierend. Für mich. Frustrierend? Ja. Brustvibrierend. Oh ja. Ich weiß, ich hatte schon ganz vergessen, wie cool ein Barbar ist mit hohem Attack-Speed. Also mit so richtig ekelhaft hohem Attack-Speed. Das war letztes Mal ein Classic so. Aber leider ändert sich das wieder mit höherem Level. Bam! Oh, hier liegt ein gelber Zweihänder. Ah, das ist eine mächtige Waffe. Und das sind Einhänder, okay. So viel dazu. Ich hab den Chill-Sturz mal wieder geändert, ne? Wuhu, ich mach jetzt. Graz, zu wem auch immer, der das Level-Up hatte. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Und ich werde eine Rede später halten. In der ich auf irgendwelche Art und Weise, dass er rollen werde. Krieg ich auch keinen Massaker-Bonus mehr. Oh, hier liegt Gold. Body Pull. Ich war's nicht. Okay. Das hab ich jetzt gekriegt. Das werd ich nehmen. Du hast Imperius sein? Nein. Hochschießen kann ich schon. Nein, ich muss jetzt gleich... Also... Ich fühl mich... Bin ich der Einzige, den das nervt, wenn der scheiß Witch-Doktor einem immer auf den Kopf kotzt? Nein. Konzentrierst dich aufs Turret und dann hörst du irgendwo noch... Warte ich kurz? Ausnahmsweise. Weil du keine Flügel an hast. Keine Flügel an hast. Jo. Ähm... Warte ich kurz? Ausnahmsweise. Weil du keine Flügel an hast. Keine Flügel an hast. Jo. Ähm... Dann kann ich nämlich mal gucken, ob die Videodateien gesplittet werden oder ob der eine große Videodatei rausmacht. Verrückt. Ne, der ist ganz verrückt. Ah, er splittet. Okay. Nach zwei Gigabyte hat er die nächste Datei angelegt. Das ist ganz sinnvoll. Ähm... Seraphio, welchen Angriff würdest du empfehlen? Bei mir? Äh... Ich würd sagen, der der Schaden macht. Ähm... Wer ist denn da tot? Ah. Ja. Wäre wohl. Die drei stehen hier. Einer ist am Skill durchsuchen. Ja, dann ist egal. Dann geh ich wieder zurück. Ach, guck an. Ich weiß auch, warum er tot ist. Äh... Ich würd Schlitzen empfehlen. Um das jetzt mal zu beenden. Wenn du den Grundangriff meintest. Naja. Hier sind ein paar Herren, die sich mit dir unterhalten möchten. Die sagen, äh... Deine Parkerlaubnis wäre abgelaufen. Die sagen... Die sagen... Auf denen mit Lowlife! Auf denen mit Lowlife! Das bin ich! Das bin ich! Also die Hand sollten sie irgendwie ein bisschen besser sichtbar machen. Die ist eigentlich ziemlich sichtbar. Du musst halt nur ne Rune dafür haben. Sichtbare Hand. Die Hand ist momentan rot. Ähm... Wolltest du einen Daibo haben? Ja! Talk to my Hand! Ach so... Nee! Fuck, das ist nicht... Daibo und zwei Hand! Fuck, nur zwei Hand! Wer... Ich hätte gedacht, du truppst mir jetzt zu den fliegenden Drachen. Der hat mir ge... Gott, was war das denn? Kommst du einen Stimmenbruch? Nee! Schluck auf! Das ist dieses Kratzen im Hals! Du hast nicht allen Ernstes diese verdammten Schwertkämpfer da drin, oder? Schwertkämpfer? Auf keine Rune! Und eben, was er macht, was er macht! Und was die Macht macht? Was er macht, da macht er äh... 58% reduzierten Schaden für... 8 Sekunden! Was ziemlich nice ist! Du kannst ja dann den Pony-Bild nachher machen! Nee! Da ist so derbst im Dungeon und so keinen Schaden macht und so weiter, ne? Weil wegen alles recht gegen die Wand und verschwindet! Ja, das ist echt so! Also ich habe ihn ausprobiert! Es wurde gesagt, bester Build überhaupt! Ich habe ihn ausprobiert und habe gedacht... Alter... Ja, ich muss grad nochmal wieder was ändern, weil... fällt die eine Sache gerade nicht... Naja, man sollte schon ansagen, wenn man einen Shrine triggert, damit die anderen Leute Bescheid wissen! Besonders wenn halt irgendeiner ist, der dir erlaubt so ein ganzes Rift 5 Minuten früher zu clearn! Zum Beispiel macht? Ja, zum Beispiel! Also ich finde die Verbindung ja echt hüfte! Internetverbindung, oder? Nein, die Schreinverbindung! Ah, okay! Ich weiß nicht, wie er auf Englisch heißt! Äh... Con, 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 Con... Connection? Nein, leider nicht, das wäre zu einfach... Con, Con... Da ist egal! Ich werde dir sagen, wenn ich ihn sehe... Conjugenz? Conjugenz? Ich weiß es nicht! Ich weiß nicht, ob das ein richtiges Wort ist! Convergenz, wenn schon! Convergenz? Convergenz? Conversion! Nein, es gibt ja auch... Ich werde es sehen! Ja... Was war das denn? Hast du Darth Vader zu Hause? Nee? Ich weiß nicht, man hört nur so... Convergenz! Ja... Ich glaube, wie ich gerade eingeahmt bin... Nein, ich habe hier gerade so ein bisschen, äh... Probleme... So mit... Plus vor Tod und so... Na, Tod-Erfahrung! Dir ist Anakin Skywalker erschienen und hat dir gesagt, du sollst zur Hellenseite der Macht übertreten! Mit deiner Dose! Deswegen hat wahrscheinlich der Sucher des Lichts auch Kerzen auf dem Kopf! Damit er weiß, wo er hinläuft! Oh! Da war noch ein Pack zwischen! Oh, das sind zwei! Huch! Äh... Sucher des Lichts mit einer Kerze vor der stehen! Jetzt ist natürlich die Frage, ob das nicht so ein bisschen eine Analogie zu dem Esel mit der Karotte vorm Maul ist! Alles, was nicht leuchtetöten? Ja, ist okay, mach das! Schwing! Schwing! Ein Diamant ist getroffen! Ja! Aber nur ein normaler! Mäh! Ja, wenn du jetzt schon ein Markis kriegst, geht's jetzt! Ja, aber nur die roten, das reicht! Ich will mich mit dem anderen Krempel gar nicht aufhalten! Äh... Seraphil, du ziehst auch ran, ne? Ja, ich zieh auch ran! Ja! Und verteidige gerade schön Händchen, ich muss einmal alle betatschen! Warst du zufällig Neujahr über in Köln, so Silvesternacht? Nein, war ich nicht! Und es gibt keine Beweise, die anders lauten? Äh, doch! Der Beweis, dass ich nicht da war, ist mit im Teamspeak! Gibt's ernstzunehmende Beweise? Beweise, Beweise? Also nicht so Augenzeugen, die du für, äh, für'n Döner oder so gekauft hast? Der Zweite, der im Teamspeak oben sitzt! Ich glaub, es ist ein Zweiter, Ruin, ja? Wo kommt denn jetzt, äh, plötzlich der... Ich frag gar nicht, ich zieh meine Frage zurück, wo der Elite herkommt! Ich glaub, ich will's auch gar nicht wissen! Hä? Ja? Ja? Scheiße, Mann, ja! Droppengurge! Ich will wieder unnötig viel leben! Oh, noch ein... Mir ist grad ein Amulett gedroppt, cool! Oh, äh, mir ist grad tot gedroppt! Oh, Zweiter Gelber! Oh, und da auch noch... Ja, schon wieder so'n Haartitter! Okay, der Typ soll aufhören zu fieren! Warum? Macht Spaß! Ich hab'n Dolch, ist der Barbier! Jetzt haben alle den Barbier gekriegt! Unglaublich! Dafür muss ich nicht mal ins Inventar gehen! Du hast was gekriegt? Der Barbier! Rasiermesser! Da ist schon wieder ein Gelber! Ich glaub, ich sollte die Rolle für's Provozieren wieder ändern! Ja, bitte nicht vielen! Das wäre cool! Dreien, siebnen, fünf und alles okay, aber nicht vielen! Ja, wir müssen doch besterben! Dann... Nimm es wie ein Mann und Falltod um! Wir überleben dich schon wieder! Vielleicht ist es, wenn wir auch tot sind! Nein! Nein! Das ist jetzt nicht die Ehre in der Erde! Ich hab' nur so einen Kugel eingefallen! Das ist taktisch gerade unschön! Wer ist es? Oh, nein! Hands up, ey! Oh, oh! Au! Warum gibt's eigentlich unter Mobs kein Friendly Fire? Na gut, dann geht's bei uns auch Friendly Fire! Da wär'n bisschen doof! Ich will keinen Kreuzkinder mehr spielen! Ich will mit keinem Kreuzkinder mehr spielen! Wer der einmal falsch charged oder mit seinen Hammern rumwurstet! Äh, ja, ähm, spiel' mal mit'n Dashingen, spiel' mal mit'n Ulyanas montan! Ja, stimmt das auch nicht! Spiel einfach mal mit drei Wirbelwind-Barbaren! Alle legen sie los und du kannst nur noch hinterherlaufen! Der, der mehr Schaden macht, gewinnt! Ja, fallen ja eh alle sofort tot um! Wenn du dann nicht schnell genug da warst, um auch ein bisschen Schaden zu machen, kriegst du halt keinen Loot! Wir gehen grad von Friendly Fire! Was könnte das denn für'n Amulett sein? Könnt'n Oroboss sein! Nee, doch nicht! Ich würd' dir jetzt sagen, post mal, aber... Kann ich machen! Ich bin tot! Kein Problem! Die Zeit ist da! Huch! Er war doch fast tot! Nee! Das ist komisch ins Hals! Gab's nicht noch ein zweites, was so aussah? Äh, nein! Leorix war wohl nicht anders aus! Leorix war wohl nicht anders aus! Nein, Leorix, nicht! Kann's nicht sein! Jetzt stepp' ich jetzt... Jetzt... Mag mir bitte jemand aufheben? Ja, ich kann da grad nicht hin! Aber Loot aufheben kann ich dann... Ah, er ist fertig, okay! So, da hinten lag auch noch ein bisschen Loot! Hoffentlich pull' ich da jetzt niemanden für! Für den Amethyst! Und die Dornensandalen! Ich will nicht noch mal Krümmelchen zur Halskette haben! Warum? Die Welt ist so ungerecht! Komm schon, komm schon! Gib mir was anderes! Lass mich einfach nur Recht haben! Gib mir was anderes! Gib mir was anderes! Fick dich! Aber die Kette ist gut! Äh... Squirt's Necklace heißt die, äh... Im Englischen... Ich weiß nicht, ob das im Deutschen dann Krümmelchens Halskette ist... Aber sie ist nicht schlecht! Ja, das ist Krümmelchens Halskette! Aber sie ist nice! Die Werte sind okay! Also, ich kann dir sagen, woher ich sie kenne! Er hat sie angelegt! Ja, 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 ja! Geh, der Foto gekriegt! Meine ist besser... Nein, deine ist besser... Nein, meine! Ja, weil bei meiner wahrscheinlich Geschicklichkeit drauf ist, ne? Ich habe Stiefel mit Movement Speed! Knie nieder! Braucht noch jemand Stiefel mit Stärke, Vitalität und Movement Speed? Ich hab zwei! Ich dropp die mal! Welche Stufe? Äh... 23! Oh, ja! Ich hab 10er Stiefel! Ja, dann komm doch einfach her! Ich hab ein Barbier! Ich dropp sie mal! Oh, ja! Ich mag ihn nicht besser! Ich hab mir nämlich gerade gedacht so, hm, was ist das? Ja, und dann hab ich gleich danach noch ein paar gekriegt und dann wusste ich, ja, äh... Okay! Schon wieder ein Barbier? Ja, schon wieder ein Barbier! Mal wieder! Hat jemand Rubine? Wann war's? Wann war's? Wann war's? Rubine will er haben! Sind, äh... Du weißt schon, dass Edelsteine immer noch Account gewonnen sind? Die niedrigen nicht! Ähm... Ne, doch, hä? Natürlich! Verdammt! War schon immer alle! Nein, waren sie nicht! Also von schon immer alle ist schon mal falsch! Früher konnte man alles tauschen! Ja, stimmt ganz zu Anfang nicht! Ja, hast ja schon alle im Auktionshaus vertickt! Hm, ja... Hey, damit hab ich damals meine Kohle gemacht! Ja, ich auch! Ich auch! Bis, äh... Blizzard diese Account-Probleme hatte und mein verdammter PayPal-Account nebenher kompromittiert wurde dadurch! Einfach so! Ist da irgendwo gerade was mit Blitzschaden? Jop, ich mach 6% mehr Blitzschaden, okay! Schlitzen auf Blitz und Kohle! Ich geb mal ab, ne? Alter, mach mal! Mach mal! Hey, Level 30! Höh, cool! Ich auch! Zwei Stunden gespielt! Ja! Jetzt! Ja? Zwei Stunden gespielt! Level 30! Mann, sind wir schlecht! Hey, dritten Passiv! Ich nehm' Unterstörber! So, und ich kann jetzt auch endlich den Schutzspruch wieder rausnehmen und meine Bogenschützen reinnehmen! Provozieren raus! Akarat rein! Was brauch ich denn noch? Was brauch ich denn noch? Was brauch ich denn noch? Ich kann doch tatsächlich jetzt... Ich hab'n Sockelbahnen Dagger! Ist die Welt schön! Nein! Nein! Ja! Und wie viel haben wir dann? Ich hab'n! Die 600 Schaden geknackt! Uhu! Kampfkoloss! Aber ich bin, äh, glücklich! Ich habe jetzt meine Bogenschützen! Ich bin auch gleich glücklich! Ich muss mir nur noch ein bisschen Rüsten bauen! Mit anderen Boden! Jetzt müssen wir immer raten, wer die Scheiße gepult hat! So, was muss ich denn neu würfeln? Was habe ich denn am niedrigsten? Oh, das ist nett. Ich kriege Waffenwurf dazu. Danke. Ich muss mal gerade gucken, wo ich das niedrigste Item habe. Ach stimmt, wir haben ja wieder Würfel-Crab. Ja, Beine nehme ich mal auf. Dann muss ich Schuld annehmen. Was ist? Ein einziges Mal konnte ich würfeln und... Nice. Also Katala, ich wusste ja schon, dass du ein Arsch bist. Aber wenigstens warst du immer klassenfreundlich. Jetzt bist du nicht mehr mehr das oder was? Hast du sehen, was ich gekriegt habe? Do it. Kannst du wenigstens gebrauchen? Ja. Wundervoll, Männer. Wundervoll. Da fühlt man sich doch hundertprozentig verarscht. Ach Quatsch. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was denn? Wolltest du ein extra Portal öffnen direkt hier so? So und nicht anders? So, wann machen wir jetzt? Kekse-Button. Kekse. So, ich hau's offen. Ja. Ja. Warte mal, da wollte ich irgendwas sagen. Was? Oh nein, wieso? Darum. Nein, ja, vielleicht. Oh. Brunnen. Brunnen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ähm, ähm. Lade-Screen. Wollte auch mal irgendwas schreiben. Also du wirst bei mir auf der Karte schon... Aha, da ist er ja. Was ist hier eigentlich schon wieder los? So, fehlt irgendjemand? Ja. Der, 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 der vierte. Stört das irgendjemanden? Negativ, Ghost Rider, negativ. Obwohl das ziemlich unfreundlich ist. Fürs Protokoll. Ich war dagegen. Ich hatte mich eingeschüchtert gefühlt und habe deswegen nicht geantwortet. So, und jetzt bitte einmal die fürs Nicht-Protokoll-Variante? Nein. Äh, Kanalisierung, Kanalisierung! Sind alle da? Juletta? Wer ist eigentlich hier runtergeportet? Also... Ich vor mir. Ah, okay. minority hvisnych esse der hiel nicht�. Welch hast du, wer ist eigentlich ... Erste Fliege tot Zweite Fliege tot Dritte Fliege tot Und die vierte Fliege ist da auch tot Ja Ja mit geholfen Was machen die alle mal an die Fliege Und sogar eine bessere Brustplatte Kann die altieren was cool ist Ja Bonus XP Verdammt Engel Ich hasse Engel Ich habe keine Ruppensackel mehr Oh ich habe einen Einhänder mit 50 Schaden gefunden Und 105 Stärke Was zur Hölle Respekt Für so einen Lohen Einhänder Das Zerstören von neuen Objekten Gibt es jetzt einen Geschwindigkeitsbonus? Ja Wie auf der Konsole Aber Konsole hatten sie es ja auch schon lange Seit Mittwoch Nur den Nemesis Kram haben sie glaube ich auf PC nicht eingebaut Da gab es in der Konsole eben so ein Nemesis Feature Keine Ahnung was es ist Ja das ist eine Truhe Meine Meine Truhe Habe ich habe es da drauf gemacht Nein das war ich Ein dicker Zweihänder Der macht mehr Schaden Der macht mehr Schaden Heute habe ich alle Knöpfe durch Skills ist es Na gut idiot Und noch ein Smart Kram geht vorbrauchen Wer ist jetzt wo? Ich Hexendocker ist unten Ja Na klar Ich stehe zwischen den Türbögen Wir stehen zwischen den Türbögen Wir sind die Türbögen Und dann Usualer Pass Yay Äh Och Nee ihr habt beide einen Legendary Hals Ne? Ja wir haben Sonnenhals Aber ich habe einen auf Level 12 Okay ähm Gut ich habe eine 14er Hals Aber der ist wahrscheinlich schlechter Über Was ist denn? Auch knimmig jetzt Halskette Nö Nö Ist ein gelber Hals Ich habe nämlich jetzt einen anderen gelben Hals gefunden Das ist auch Schlecht Jetzt wird man hier schon vom Elite Pack angesaugt Schrecklich Voll geil Der Schnorrer Hast du mal ne Mark? No Wie ich das hasse Wenn der Barbaren Sprung Von irgendeiner unsichtbaren Mauer gebremst wird Und hüpfst Einfach mal 10 Meter in die Luft Und einen halben Meter nach vorne Solange du hier keinen Infinity Jump hinwegst Ist alles in Ordnung Fällt einem aber einiges auf den Kopf Zum Beispiel Kotze Ja Ja Kotze Und Schlimmeres Schon wieder ein Elite Pack Diesmal habe ich es gepult Ich bin schuldig Nee Ich war doch vorne Gut er war schuldig Du pullst hast Elite Pack aber nur die Tanks Und nicht den Zwochel da hinten Ich pull alles Ja man ich bin 32 Yeah Platz 1 Ha ich bin auch 32 Alle sind 32 Außer der Hm Da zeichnet sich ein Muster ab Ja du scheiß Gier Ich krieg kaum Kills Ich Ich krieg kaum Kills 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 Ich krieg kaum Kills